Die Headlines des Tages. UN-Dringlichkeitssitzung nach Beschuss eines Flüchtlingslagers, Flüchtlinge sollen gemeinnützig arbeiten und Österreich ist Sky Shield beigetreten. Nach dem tödlichen israelischen Luftangriff auf dieses Flüchtlingslager nahe Rafah im Süden des Gaza-Streifens brechen Palästinenser auf, um andernorts unterzukommen. Viele Menschen sind verzweifelt. Sie sagen, dass sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Der Angriff rief international scharfer Kritik hervor, unter anderem von Seiten der USA und der Vereinten Nationen. Der UN-Sicherheitsrat berief nun eine Dringlichkeitssitzung ein. Dem Militär zufolge waren bei dem Angriff zwei ranghohe Vertreter der radikal-islamischen Hamas getötet worden. Sie sollen im besetzten Westjordanland an der Planung von Anschlägen beteiligt gewesen sein. Die israelische Armee leitete eine Untersuchung ein. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von einem tragischen Missgeschick. Gleichzeitig kündigte er im Parlament an, den Krieg nicht zu beenden, bevor alle Ziele erreicht seien. Neuankommende, die bei der Bundesbetreuungsagentur und dem Integrationsfonds gemeldet sind, müssen zukünftig Kurse besuchen, um österreichische Werte zu lernen. Die Asylsuchenden sollen Themen wie Umgangsformen, Gleichberechtigung und heimische Kulturformen erlernen. Das haben Innenminister Gerhard Karner und Integrationsministerin Susanne Raab am Dienstag bekannt gegeben. Wir arbeiten im Integrationsbereich daher immer auf drei Ebenen. Zum einen die Sprache, also Deutsch lernen. Zum zweiten die Arbeit und zum dritten die Werte und wie gesagt die Regeln des Zusammenlebens. Und für mich ist ganz klar, dass Integration eben auch Anpassungen dieser Regeln bedeutet, um ein geregeltes Zusammenleben sicherzustellen, um sicher und gemeinsam in unserem Land leben zu können. Asylsuchende sollen auch für gemeinnützige Arbeiten wie zum Winterdienst oder für die Altenpflege herangezogen werden. Dafür soll es einen sogenannten Anerkennungsbeitrag von 1,50 Euro geben. Es wird ja auch zur Leistung animiert, aber wer nicht will, der wird verpflichtet in diesem Fall, indem das Taschengeld auch gekürzt wird. Auch das muss klar angesprochen werden. Auch beim Fehlen der Kurse soll das Taschengeld gekürzt werden. Von derweil 35.000 Flüchtlingen in der Grundversorgung werden aktuell 1.600 Menschen vom Bund betreut und die sollen jetzt in die Pflicht genommen werden. Am Dienstag hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner eine entsprechende Erklärung mit Deutschland zur Beteiligung Österreichs am Luftabwehrsystem SkyShield unterschrieben. Insgesamt nehmen 21 europäische Staaten an dem Verteidigungsschirm teil, um sich vor Luftangriffen zu schützen. Trotz der Neutralität Österreichs glaubt Tanner um die Notwendigkeit eines Abwehrsystems, wie sie in Brüssel sagte. Dieser Schritt heute, wenn wir das Memorandum of Understanding unterschreiben, ist ein ganz wichtiger für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Es ist unabdingbar notwendig, gerade als militärisch neutraler Staat, dass wir uns schützen vor den Bedrohungen aus der Luft, die wir leider auf allen Krisen- und Kriegsherden erleben müssen. Rund 6 Milliarden Euro soll Österreich die Beteiligung an SkyShield kosten. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.